So, jetzt. Störr, Arschloch. Wie war die Scheiße denn? Okay. Holen wir uns den Gewehrkoffer. So. Hm. Da ist ein Hammer. Hm. Komm. Ich hab ja einen Schuss da. Oh Mann. Türi, ich geh wieder rein. So. Hm. Okay. Okay. Hätten wir. Den Mace Muschlinger. Vielleicht brauchen wir ihn. Der müsste bestimmt... Oh, wehtun. So ist's gut, Baby. Ja, mach weiter. Nicht aufhören. Oh mein Gott. Mach doch überhaupt nichts. Das drückt noch ein bisschen für dich. Tanz da. Wir haben den eindringlichen Scoop. So ein Wichser hat sich während Chasys Wache reingeschlichen. Du weißt, dass ich keine ungebetenen Gäste mag. Ich hätte ihn ja abgeknallt, Scoops. Aber dann ist mir eingefallen, dass wir cool bleiben sollen. Yo. Also bin ich cool geblieben. Dann ist der Wichser abgehauen. Nee, Scoops, das hab ich nicht gesagt. Der Tauk ist gesagt. Idiot. Das wär so schön. Ey du Ard, ich hab dir dein Leben gerettet. Du blöd Mann. Ich hab mal ge... Ich hab dein Leben gerettet, du blöd Mann. Arsch. Tch. Da rettet man schonmal von jemandem das Leben. Und da dankt man es einem so. Tch. 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 So. Wer hat das Exempel statuliert. Ach so eine Zäunenmiss. Musste ebenfalls sterben. Machen wir es kurz im Schmerz. So, jetzt sind wir mal durchs erste Level durch. Das heißt dann, dass ich keinen Cut mache. Und wir brauchen uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dahin. Aber erstmal dürft ihr hier, wenn ihr wollt, ins Zeitungsartikel lesen. Einfach auf Pause drücken. Dann, kein Passadier. Nein, tschüss. Und nun herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell. Splinter Cell, oh mein Gott. Ja, nicht zu Splinter Cell, sondern zu Hitman Blood Money. Ja, das liegt daran, dass ich vorhin noch Splinter Cell gespielt habe. Ja, egal. Auf jeden Fall. Nicht zu Splinter Cell, sondern zu Hitman Blood Money. Das Versteck. Hier können wir nichts Großartiges machen, als ein bisschen Ziel schießen. Ich kann ja mal hier so eine Waffe. Hier nochmal die nehmen. Und dann. Mal gucken, was haben wir denn da noch. Oh, Flaschen schießen. Mal gucken, was ich drauf hab. Ah, scheiß, Waffe. Naja, wir gehen mal weiter. Oh, ein harter Killer, aber ein kleines Vögelchen, ne? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja.